Freunde, ich war schwach. Sehr schwach. Damit herzlich willkommen zum nächsten Yu-Gi-Oh! Unboxing. Ich hab richtig Bock. Metal Raiders. Was werden wir schönes ziehen? Finden wir's raus. Geil! Und da ist er. Der wahre Schatz. Möglicherweise sogar das One Piece. Werden bestimmt wieder zwei Folgen werden. Aber erstmal gehen wir doch rein. Ich habe übrigens diesmal keine Ahnung, was genau wir alles ziehen können. Oder was genau ich ziehen möchte, besser gesagt. Letztes Mal war ich ja auf der Jagd nach dem guten alten weißen Drachen. Den habe ich ja glücklicherweise auch bekommen. Aber dieses Mal? Ah, ich bin gespannt. Oh, Gushy. Kenne ich tatsächlich auch noch. Diese miese, hässliche Kackfratze. Leogun. Oh, schau mal. Der hat sogar fünf Sterne, oder was? Damn. König der Löwen, Junge. Jetzt mit der besonders schweren Beschwörung. Die unglückliche Jungfrau. Es gab sogar damals schon Karten für WoW-Spieler. Heftig. Was hatte die für einen Effekt? Warte, ich muss hier einmal die Kamera richtig triggern. Wenn diese Karte als Ergebnis eines Kampfes auf den Friedhof gelegt wird, endet die Battle-Phase für diesen Spielzug sofort. Battle-Phase bedeutet, in dieser Phase kann man angreifen. Und wenn dein Gegner dir also umklöppelt, dann war es das an dieser Stelle. Oh, der Kokon. No, evil Underwood und die Motte. Die Insektenarmee. Wow. Kokon der Evolution. Kokon, Kokon. Na, Magier des Glaubens ist am Start. Wer hatte die denn? War das Thea in den ersten Folgen? Oh, die kenne ich aber auch alle noch, die Karten. Ich hatte jetzt ein bisschen Schiss, dass das schon die etwas Neueren sind und ich raus bin. Aber hier Hexer mit Flip-Effekt, Leute. Warte mal, wir versuchen mal, ein bisschen Zoom zu triggern hier. Wähle ein Zauber in deinem Friedhof. Füge das gewählte Ziel deiner Hand hinzu. Es kann natürlich ganz schön geil sein, ne? Kamera. Hallo. Hallo, kennst du den Schärfezauber? Aha, guck mal, muss ich auch erst der Hand wieder hinzufügen, ne? Die macht wieder so... Oh, boy, im ersten Pack. Nein. Der Tausenddrache. Das habe ich immer so gefeiert im Anime. Mit diesem Zeitzauberer. Ich glaube, ganz genau so hat es dann im eigentlichen Spiel mit den Karten-IRL nicht funktioniert. Aber da sind ja auch Sachen passiert, ne? Die Gegner wurden irgendwie dann künstlich zum Altern gebracht über diesen Zeitzauberer und sind dann verfallen, haben weniger Angriffspunkte gehabt. Die eigenen Monster sind quasi digitiert, ne? Oder haben sich entwickelt wie so ein Pokémon. Und auch hier der Tausenddrache als Fusion. Geil. Zeitzauberer und Babydrache. Wow. Was für ein Draw. Sehr, sehr cool. Wollte ich früher auch unbedingt haben, weil ich das im Anime eben so cool fand. Und der Meeresgrundbewohner. Fischnormal. 1650 Angriff. Auch wieder 5 Sterne. Sag mal. Schon ein bisschen Scam. Aber den Bruder kenne ich ja auch noch. Geflügelter Drache. Festungswächter Nummer 1. Der wurde auch sehr, sehr gern gespielt. Ich glaube von Yugi selber sogar, oder? Da habe ich das Artwork immer sehr geliebt, weil er so angesprungen kommt. Im Hintergrund diese rötlichen Fäden. So ein Hintergrund hat gefühlt jedes zweite PvP-Suntname von mir oder Darkest Dungeon. Immer wenn was los ist, ne? Da muss der Hintergrund explodieren. Und Doma. Engel der Stille mit diesem sympathischen Auge an der Schulter. Auch wieder 5 Sterne, ne? Also damit haben sie es irgendwie. Aber was soll ich sagen, Leute? Das war ein Hammerpack. Das hatte alles, was ich wollte von so einem Pack. Geil. Dann sind wir doch jetzt höchst gespannt, wie das nächste Pack so aussehen wird. Übrigens massives Shoutout an alle professionellen Unboxer, die nicht nur ihr Kamerasetup so hinbekommen, dass das Ding nicht regelmäßig durchdreht. Wir auch es gleichermaßen schaffen, tatsächlich stets in der Mitte des Bildes zu sein. So, das schaffe ich nicht mal mit der Maus oder irgendwelchen sonstigen Sachen, die ich in Games zeigen will, wenn ich die aufnehme. Aber IHL, jetzt nicht ständig hier und da hin zu ruckeln, ne? Abgesehen davon, dass die Kamera dann auch erstmal neu zentrieren muss. Bruder, ich werde wahnsinnig. Der Donnerdrache. Jawohl. Ich dachte eigentlich immer, dass das so ein richtig massiver, normaler Drache ist. Aber das ist so ein Schlangenartiger, ne? Der Körper geht hier lang und dann dort rum. Und ich dachte immer, hier liegt so ein Teil in den Schatten. Und das hier ist nicht der Schwanz, der weitergeht, sondern ein Arm, der hier rauskommt. Und ich dachte, das hier ist dann der massive Körper und der steht eben. Ja, aber nee, das ist so ein Schlängelängerdrache. Übrigens auch dann erst rausgefunden durch Forbidden Memories wieder, durch das Playstation-Spiel, ja? Wo man dann diese Animation im 3D-Raum ja hatte von den Monstern. Die blau geflügelte Krone, an denen habe ich ehrlich gesagt gar keine Erinnerung. Aber Felsenoger, Grotte 1, die kenne ich auch noch. Stahloger gab es dann ja auch, die hatte man gefühlt immer und überall dabei. Der Musikerkönig, ach nein! Der Musikerkönig, das ist auch so random, oder? Da ist dieser Dude mit Gitarre gegen den Felsenoger, Junge, und den Wächter der Feste. Der raubende Goblin als Fallenkarte, jawohl. Ah, schön düster, ne? Da hätte ich ja Bock drauf, dem abends zu begegnen. Die Lady des Glaubens, tatsächlich eine Karte, die ich noch kenne, und die hat mal keine 5 Sterne. Verrückte Zeiten. Oh, der Drachenritter. Ja, was war denn da mit drin? Das sieht ja eigentlich nach diesem Elfenschwertkämpfer aus, oder? Ne, Wächter des Labyrinths und Beschützer des Throns. Guck an, bei dieser Rüstung denke ich sofort an Elfen. Da kommt auch draußen sofort der Krankenwagen angefahren, Junge. Scheiße, er hat den Elfenschwertkämpfer erwähnt, der muss weg. Der muss weg, aber nein, es sollte alles anders sein. Dennoch kenne ich den und seine Rüstung noch. Der Stahlskorpion. Uh, mit nur einem Stern. Der Arme, was hatte der denn für einen Effekt? Ich muss meine Kamera heute aber auch fordern hier, ne? Fürchterlich, zum Wochenende, wo ich aufnehme. Ein Monster, das nicht vom Typ Maschine ist und den Stahlskorpion angreift, wird in der Endphase des zweiten gegnerischen Zuges nach diesem Angriff zerstört. Wow. Also auch wenn er aus Stahl ist, scheint er ein ordentliches Gift dabei zu haben, ha? Antike Kampfeidechse. Oh, die fand ich immer geil. Mit so Wolverine-Krallen. Ja, ich bin ja generell nach wie vor Fan von, ich sag mal, Viechern. Ja, auch wenn ich LoL spiele, dann diese ganzen Final Fantasy, K-Pop-like Champions, die jucken mich überhaupt nicht. Aber irgendwelche Krokodile, Echsen, Viecher oder sonst was, ey, geil. Das muss ich einfach aus Prinzip schon nehmen. Möglicherweise kommt die Inspiration dieser Denkweise aus Good All Yu-Gi-Oh-Tagen. Da das erste Pack so geil war, besteht natürlich die Chance, Leute, dass das Highlight direkt am Anfang kam. Das war mit dem Weißen Drachen ja ganz ähnlich. Aber wir beliefen mal, dass alles anders kommt, auch wenn die Feuernation vielleicht nicht gerade angreift, obwohl es von den Temperaturen her passen würde. Schreckliches Feuer. Ja, den Lebenspunkten direkt Schaden zu fügen, das ist der Real Deal. Die verdorbene Weisheit. Ja, das passiert, wenn man durch Null teilt. Verdorbene Weisheit. Oh, Katzi kämpft gerade mit seinem Knistertunnel im Hintergrund. Junge, hier ist heute was los. Krankenwagen, Knistertunnel, Boy. Bin noch an sowas gar nicht gewöhnt hier, die Geräuschkulisse. Das ist mein Most Epic Anime Fight im Rascheltunnel. Der Sprenggaukler. Den kenne ich auch noch. Ja, sieht eigentlich aus wie so ein wütendes Emoji, oder? Wirklicherweise ist dies der Ursprung von WhatsApp. Oh, Junge, das Schloss der dunklen Illusionen. Auch, bilde ich mir ein, ganz anders funktioniert als im Anime, wo das Ding einfach so einen dunklen Nebel ausgesondert hat. Und dann konnte man irgendwie nichts angreifen. Und dann war drei Folgen komplette Verzweiflung oder sowas. Und dann die Länge dieses Effekts, Junge. So viel konnten wir damals gar nicht lesen. Da hattest du noch die erste Lesefibel aus Klasse 1 im Rucksack. Und dann hier so ein Effekt, Bruder, halber Roman. Heiliger. Was bist du, der Kanonensoldat? Der sieht nicht gerade speziell aus. Aber wir haben gerade beim Skorpion gelernt, ne? Die Mecherviecher, also, hüte die. Oh. Und vorm Kokon kommt die Mottenlarve. Geil. Oh, die große Motte zu ziehen, das wäre schon sehr cool, muss ich sagen. Das habe ich schon sehr gefeiert mit diesem Evolutionsprozess, ne? Das hatte schon was. Blockangriff. Genauso gab es dann Blockverteidigung, ne? Um da dem Gegner... Uh, schön eins reinzuwischen. Wo kam der her? Von Kaiba, oder? Der tollwütige Reiter. Mit diesem Centauren 4 und dem wütenden Minotaurus. Da fand ich die Axt immer so cool von dem. Richtig nice. Okay, da ist er. Lull, der mystische Reiter, genau. Da ist er doch schon. Guck an. Ja, Karten, die ich mit dem Pegasus-Arc verbinde, ne? Wo sie auf dieser Insel waren. Toonworld hätte ich ja auch Bock. Aber die hat vermutlich ein eigenes Pack, oder? Ich habe keine Ahnung. Wir finden es raus. Und das nächste Pack, Freunde, startet einfach mit Le Goul. Oh Mann, der hat mich immer erinnert an so alte chinesische Lehrmeister. Diese Pfeife rauchen mit gezwirbelten Bart auf ihrer Terrasse sitzen und auf den Schüler warten, um ihm, naja, in dem Fall anscheinend Yu-Gi-Oh! Beizubringen. Und hier ist es kein Zwirbelbart, hier sind es diese Beißwerkzeuge. Keine Ahnung, ob das die Inspiration für das Vieh war, aber der hat mich immer dran erinnert. So, Karate-Kid-Lifestyle. Der Drachenpfeifer. Cool. Ach, Leute, das ist ja wieder pure Nostalgie, was die Karten triggern. Die Bleiche-Bestie hatte ja auch sehr, sehr häufig gezogen früher. Tatsächlich, die Packs gerade erinnern an die normale Draw-Rate von früher, ha? Der Kriechdrache. Und aus dem wurde dann der Zombie-Drache. Jawohl, aber der hatte keinen Effekt oder so. Das ist einfach Drache-Normal. Und der hat auch 5 Sterne. Okay, die Nostalgie hat sich anscheinend nicht alles abgespeichert. Ach, gucke, der Kleine. Wie hieß der? Milus-Strahler? Watt, Junge. Ich erinnere mich weder an Milus noch an den Strahler-Teil. Auch schön. Wieder ein Stern. Ja, hatten sie Bock in dieser Season, ne? Auf so Ein-Stern-Karten mit frechen Effekten. Wild. Dürfte ja auch die Zeit gewesen sein, wo Kuribu dann langsam so ins Game kam. Zumindest von Yugi-Seite aus. Und alle haben Kuribu gehypt und gefeiert. Und keiner wusste aber, wie man IRL halbwegs damit spielen soll. Hibikime mit der dicken Sense. Jawohl, schön das Hexer-Artefakt gegönnt. Und Insekten-Soldaten des Himmels. Jawohl, wir sehen nur den einen, aber sie kommen in Schwärmen. Sie kommen in Schwärmen, um uns die große Motte zu bescheren. Der wilde Kobold. Auch so oft gesehen, ne? Absolut schön. Und was für ein schönes Design auch, ne? Er wirkt schon erstmal nett, aber wenn du dann überall diese Stacheln und diese Klauen siehst, naja, dann muss ich den vielleicht auch nicht außerhalb der Karte haben. Und diesen wütenden Krieger-Opa. Ja, der ist so ähnlich wie Le Ghul vom Gesicht her. Nur der Bart ist anders. Ansonsten genau dasselbe Artwork. Wie spricht man ihn aus? Kursi-Kursi? Es passt aber nicht so, wie ich das sage, zu dem Aussehen, oder? Eiliger. Naja, und da ist Le Ghul wieder. Schön. Erinnerungs-Pack. Ehre. Dann sind wir schon fast bei der Hälfte. Das fünfte Pack. Das Schwert der tausend Wahrheiten. Nein, der tiefliegenden. Achso, tiefliegenden, ne? Nicht fliegenden, wollte ich schon sagen. Flugverbotszone. Hallo. Oi. Der Labyrinth-Panzer. Junge, mit diesem Labyrinth. Wo war das bei den Gebrüdern? Paradox? Ah, so Torwächter und der ganze Bums wollte man früher auch immer unbedingt haben, ne? Und wenn du Glück hattest, dann hattest du gerade so einen von den Sangern des Windes, oder wie sie hießen. Nein, aber Torwächter an sich, alle Einzelteile zu haben und den dann zur Beschwörung zu kriegen, na? Bruder, da wurden vorher die Zauberkarten gespammt, die dir direkt Lebenspunkte Schaden zufügen und Endstationen. Die kaiserliche Richterin. Das sind alles so Karten, die haben existiert, habe ich aber nie irgendwen spielen sehen. Never ever. Aber vielleicht ist ein gutes Zeichen, dass wir direkt am Anfang zwei etwas dickere Karten ziehen. Oh, die Hexe vom Schwarzen Wald mit diesem Auge obendran. Ja, erinnere ich mich auch. Und dieses Auge habe ich immer gar nicht so wahrgenommen. Da am Hals ja auch, ne? Na, das war da auch erst durch Forbidden Memories in mein Gesicht gehauen. Dachte, das ist einfach nur eine nette Dame, weißt du? Und dann kommt der Scheibenzauberer. Ja, das ist gut, dass man das B nochmal so richtig gezogen hat. Sonst könnte es auch der Scheißenzauberer sein, Junge. Würde das Design, aber ein bisschen abweichen fürchte ich. Das Bäumchen, da trennt, ja, da trennt's fetter. Auch wieder fünf Sterne, hör mal. Hier hatten sie irgendwie Bock, ne? Ein Sterne, fünf Sterne, alles dazwischen ist nicht interessant. Ring des Magnetismus. Jawohl. Da hat die Hand aber auch ganz schön drunter gelitten, wa? Der eine Ring. Ginso Nummer sieben. Ah, Ginso von Esparoba. Glaube ich, das erste Mal gespielt in Battle City, oder? Und dann aber auch richtig reingehauen. So eine creepy Karte. Total humanoid angehaucht und dann alles wegrasiert, ey. Wilde Zeiten. Okay. Pack Nummer sechs, liebe Leute. Es wird Zeit. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt Toon World und Zombie-Drachen. Oh, hier ist schon ein Soldaten-Zombie, oder was? Panzer-Zombie. So, jawohl. Und noch ein Ultra-Drachen und das würde alles jetzt in diesem Pack sein. Ja, ich freue mich drauf. Panzer-Zombie. Ja, war ursprünglich auch dieser Soldat, ne? Und dann, zack. Zombie-fiziert. Sehr wilde Nummer. Der Zerstörer-Golem, Bro. Den hat er auch eine Zeit lang. Gefühlt jeder im Deck. Nein, an den erinnere ich mich aber. Das ist so eine Karte, ich wäre nie auf den Namen Zerstörer-Golem gekommen. Aber wenn du mir so ein paar Ecken des Designs genannt hättest, dann hätte ich dir den mit diesen Farbmustern komplett rekonstruieren können. Mit Augen zu, einfach aufgemalt, ja? Hier mit dieser, was ist das, Banderole, ja? Die er sich um den Arm gewickelt hat. Sehr königlich. Hm, eure Majestät. Qualle. Junge, das Ding heißt einfach Qualle. Was kommt als nächstes hin, Monster? Hund? Katze? Kleine Motte. Ach schön. Ja, Mottenlarven. Junge, läuft. Die will man zwar nicht unbedingt bei sich zu Hause im Mehl haben, aber hier so als Karte, das geht. Die falsche Falle. Junge, und ewig haben wir überlegt, was das für ein Vieh sein soll. Weil manchmal hatte man ja auf diesen Zauber- und Fallenkarten wirklich auch Designs, die es als Monsterkarte dann zum Beispiel gab. Nicht immer, aber dafür immer öfter. Aber zudem haben wir nie was gefunden. Das hat uns wahnsinnig gemacht. Der gestrafte Adler. Ja, mit so einer Federfarbe ist man wirklich gestraft. Da fällt es ja auch wie sonst was, Junge. Da kommen die ganzen Beutetiere von ganz alleine weg. Die Harpie. Oh! Die Harpie von May Valentine. Heiliger mit dem Spieldrachen. Und dann diesen Special Moves, die sie da hatte, die dann über Zauberkarten getriggert wurden. Das war auch cool. Ich war kein Fan von ihr und ihrem Deck. Ich fand Harpie an sich sehr langweilig, aber wenn die aufgedreht haben, boi, dann geh besser in Deckung. Und die Panzerechse. Wieder mit zum Hintergrund. Könnte wieder PvP-Summen sein, Junge. Da wussten sie genau, was sie tun. Ja, und Echsen. Ich bin natürlich Fan. Oh! Der König der mythischen Bestien. Gazelle. War das auch bei Yugi mit im Deck? Diese Bestien-Geschichte? Ich weiß es nicht mehr, aber die Karte hat man häufiger gesehen. Auch im Anime bilde ich mir einen. Die hatten wir weniger auf dem Schulhof. Dafür haben wir aber ein nächstes Pack. Ob mit oder ohne Schulhof drin? Komm gleich ein bisschen Sand raus, Geriesel. Junge, ich verzichte. Einen geilen Draw werden wir schon noch haben in dieser ersten Runde, oder? Oder heben wir uns alles für die zweite auf? Wer weiß das schon. Ja, Dokaru. Nie gespielt, aber kenne ich tatsächlich auch noch mit diesen wunderbaren Häuschen. Also Einsiedler-Krebse habe ich damals anders kennengelernt. Aber gut, Panzer-Zombies habe ich zum Glück gar nicht kennengelernt im Bio-Unterricht. Der antike Elf. Ach nein, vier Sterne. Vier Sterne. Wahnsinn. Mit diesem Zylinder auf dem Kopf. Ich erinnere mich. War das nicht sogar auch bei Thea so? Es gab doch dann diese Folgen, wo sie in diese Battleworld reingesogen wurden. So ein bisschen wie Sword Art Online. Und dann musste sie da einen Partner wählen. Und hatte Thea nicht einfach nur Frauen gepickt, ohne auf Angriff und so zu achten? Oder waren dann diese ganzen Elfen und Hexen in einem Deck? Ich weiß es gar nicht mehr. Und das haben sie gemacht, weil sie sich in dieser Battleworld, in dieser WoW-like-Welt, da mit irgendwelchen Vorständen duelliert haben. Und wenn die gewonnen hätten, diese Vorstände, dann hätten die die realen Körper von Yu-Gi und Co. bekommen. Was war das eigentlich für ein weirder Scheiß? Vielleicht öchre ich mich aber auch. Maybe. Manchmal, die Erinnerung, wir merken es hier, spielt einem ja auch einen Streich. Gigatech-Wolf. Ui, fancy. Junge, dieser verdammte Stern. Nein, wie heißt er? Horshiningen. So hießen die auch früher? Hatten die nicht irgendeine wilde Übersetzung? Hosen, Stern oder so? Gut, der trägt keine Hose. Aber vielleicht wäre das besser gewesen, ne? Zumindest Stiefel hat er an. Die elektrische Eidäxe. Ganz ehrlich, das könnte auch ein Pokémon sein, oder? Also in irgendeinem Paralleluniversum hat dieses Vieh Pikachu ersetzt. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Die Lady des Glaubens wieder dabei. Jawohl. Und nochmal die Panzer-Ex, wenn er euch kennt, war ja die Abwehr-Ratte mit 2000 Def und 4 Sternen. Das war bestimmt ein Ausrutscher. Der Mitarbeiter, der dem Vieh 4 Sterne gegeben hat, der wurde direkt gefeuert. Der ist auch in die Battleworld gekommen, Junge. Und musste seinen Körper aufgeben. Naja, life is pain, oder? Liebe Kinder, gebt fein acht. Ich habe uns etwas mitgebracht. Und zwar Pack Nummer 8, glaube ich. Naja, zählen ist ja nicht gerade meine Stärke, aber das seht ihr ja jedes Mal an meinem YouTube-Namen. Ihr wisst ja, was euch erwartet. Die mystische Lampe, was hat die gemacht? Hing die mit dem Genie irgendwie zusammen? Den hatte Kaiba, glaube ich, auch immer, ne? Hallo, Dankeschön. Diese Karte kann die Life-Points deines Gegners direkt angreifen. Oh, das klingt erstmal wack, aber wenn du die geschützt bekommst, ne? 400 Angriff. Dann kommt der Genie raus und verpasst hier direkt ein, voll in die Fresse. Jede Runde 400 Miese. Hm, kann gehen. Dann haben wir die brüllende Seeschnecke. Warte, steht da wirklich Schnecke? Sorry, aber ist das nicht eher eine Schlange? Bin sehr verwirrt. Eine Schneckenschlange. Naja, gut, Nacktschnecken können ja auch so ein bisschen langgezogen sein, ne? Vielleicht, wenn man die ins Wasser kickt, dann mutiert die nochmal. Der Magier des Glaubens. Okay, I take it. Oh, aber nicht zum Candy Shop. Die Katapult-Schildkröte. Nein, wie geil. Oh, und so schön leuchtend. Junge, die fand ich auch immer geil, weil da haben sie irgendwelche Monster einfach reingeladen und dann was, direkt auf die Life-Points des Gegners geschossen? Damn, nie mitgespielt, aber auch immer im Anime total abgefeiert. Sehr cool. Die Katapult-Schildkröte. Ich kack mir ein. Wie nice. Der geflügelte Wächter. Ein Stim-Pack. Ah, guck mal, die Space Marines hier aus StarCraft dabei. Schön rein. Und der Babydrache. Jawohl, der OG, Junge. Der beste. Nice one. Okay, sehr schönes Pack gewesen. Schildkröte und Babydrache. Lieben wir. Und die beste Nachricht ist, Freunde, es geht noch weiter. Jawohl, auch ohne Udo Lindenberg, hinterm Horizont und hinter der Qualle vor allem. Jawohl, hinter der Qualle die Keiminfektion. Ich glaube, damit habe ich immer versucht zu spielen, aber ich war einfach nicht gemacht für Zauberkarten und längere Züge und so. Weißt du, vielleicht mal so ein schwarzes Loch oder irgendein Taifun oder was es war, um die Zauberkarten vom Gegner wegzuballern, der siebenfarbige Fisch, Regenbogenfisch, kenne ich noch. Der sah ein bisschen anders aus. Oh, Zombie-Effekt. Schatten-Leichen-Fledderer. Ah, das waren auch die Viecher im Labyrinth, oder? Da gab es auch noch so einen, wie hieß der, Labyrinth-Schrecken? Nee, bestimmt irgendwie anders. Der dann so aus der Mauer kam, ne? Und dich angreifen konnte. Das mit dem Labyrinth, das war auf jeden Fall Peak Fiction. Das war auch, wow, nicht ganz so geisteskrank, wie mit dieser Battleworld. Junge, was hier losfährt? Erstmal ein Motorrad durchs Wohnzimmer, Leute. Heute sind alle wahnsinnig, wirklich. Heute sind alle wahnsinnig im Hintergrund. Der Überläufer. Da konntest du ja einfach ein gegnerisches Monster snacken, ne? Sehr, sehr cool. Ja, sowas habe ich dann doch auch ganz gern gespielt, ne? Wenn du wusstest, der Gegner, der will grad nur ein fettes Monster raushauen. Ja, ja, lass ich machen, Alter. Da ist dein Tribut, ne? Gönn dir reichlich und dann ist es meins. Ja, sowas war okay, auf jeden Fall. Aber sobald die Zauber- oder Fallenkarte mehr als drei Sätze in der Beschreibung hat, da war ich raus. Hör mal. Die Killerbiene. Da bin ich auch raus. Sag mal, Insektenstiche. Nein, danke. Totenkopfritter. Wow. Der war sogar immer bei diesen gefälschten Karten dabei, die man sich auf irgendwelchen zwielichtigen Märkten besorgt hat. Aus Gründen war da auch immer der Totenkopfritter. Keine Ahnung warum. Aber ich liebe sein Design. Ich kenne ihn auch noch. Und der grobe Clown. Ja, oh. Noch eine Zombie-Karte. Sehr, sehr schön. Und noch ein Stimpack. Ja, das war doch aber auch ein nices Pack hier. Hör mal. Da kennen wir doch wieder einiges. Wir nähren uns dem Ende, dem Ende der ersten Folge. Aber, oh Junge. Ja Mann, der Flammenzerrbüro. Den habe ich ja auch immer in irgendeinem Game richtig nice genutzt. Muss ja eins der ersten gewesen sein. Was hatte ich denn noch neben Forbidden Memories? Ich hatte dann später für die PS2, hatte ich das Kapselmonster-Kolosseum. Was ich heute noch für einen Fiebertraum halte. Und dann hatte ich noch für einen Gameboy Advanced die göttlichen Karten oder wie es hieß. Das war auch super nice. Irgendwo da hatte ich auch den Flammenzerrbüro. In einem von diesen dreien hat er mir gut das Early gicarried. Cybersaurier. An den erinnere ich mich auch. Und zwar, weil seine Haut, dieses dunkle Grün mit diesen Stacheln, das hat mich an irgendwas erinnert. Ich weiß nicht genau an was. Irgendwas zu essen. Wenn ich den gesehen habe, dann hatte ich immer Hunger. Aber was soll das sein? Vielleicht irgendein Hundefutter. Zu dieser Yu-Gi-Oh!-Zeit war ich häufig nach der Schule bei meiner Oma. Und die hat ihrem Hundi immer schön frisch Pansen zubereitet. Mit irgendwas, weiß nicht, Vitamintabletten, keine Ahnung. Irgendwas hat sie da reingebröselt. Vielleicht sah das so aus. Aber warum bekomme ich dann Hunger, Leute? Ich weiß es nicht. Ich bin auch einfach seltsam. Oder Cybersaurier. Erstmal reinbeißen, Leute. Let's go. Dann haben wir, oh, ja, diese Wasserhexe. Die Wasser-O-Motik natürlich. Sehr schön. Schau mal hier, Dragonflight-Style. Schön mit Schuppung auf der Haut. Der dunkle Elf. Ja, das ist quasi Gegenstück zur mystischen Elfe. Hieß sie so mit vollem Titel. Weil die hat jetzt mehr Angriff, dafür aber weniger Defense. Und bei der normalen Elfe, die man vom Ursprung her kannte, da war es dann andersrum. Wild. Der schwarze Feuerdrache. Vermutlich auch absolute Basic-Karte, oder? Wenn man Drachenfreund war, den musste man auch einfach im Deck haben. Jinso besucht uns nochmal. Die Nummer 7, jawohl. Er war nicht die Nummer 1, sondern die Nummer 7. Und der kleine Schwertkämpfer. Auf dieser Echse. Ach, wie schön. Da ist zwar auch eine Echse drauf, aber meine Lieblingskarte ist es dennoch nicht geworden. Bäumchen auch nochmal dabei. Und der Cerberus. Schönes Peck. Ich glaube, 2 haben wir noch. Also dieses und dann noch eines. Ja, wir kommen zur Definition von 2. Liebe Leute, wieder was gelernt. Könnt ihr verbuchen heute unter Bildungsvideo. Und die Cam hat sie wieder Bock. Ah ja, schau mal. Den fand ich immer ultra weird. Kaminari-Angriff. Also schön den Blitz in die Fresse. Und ich glaube, wenn man den in diesem 3D-Raum beschworen hat, dann war das auch wirklich nur dieser Kopf mit diesen Händen. Das war irgendwie verstörend. Naja. Apropos verstörend. Bruder. So sah ich früher nach dem Feierwochenende aus. Auch mit der Friese dazu. Bon Jovi. Bist du's? Hiyo Subi. So ein bisschen Kappa-Style. Gucke da. Ach, der Lava-Kampfwächter. An die musste ich vorhin auch denken. Bei diesen Bäschen-Karten. Aber ich bin nicht drauf gekommen. Und da gab es noch einen. Wer war das? Der Sumpf-Kampfwächter? Ne. Der sah so ähnlich aus. Aber mit braunem Fell. Oder brauner Haut. Oder wie auch immer. Da gab es ja zwei von. Ja. Der Mega-Donnerball. Geil. Auch wieder mit diesem Hintergrund. Da hatten sie so Bock auf diese feurigen Hintergrund-Texturen, Junge. Nice. Und. No way. Die Maske der Finsternis. Mit der habe ich auch gespielt. Was hat die gemacht? Da müssen wir nochmal reinlesen. Wähle eine Falle in deinem Friedhof. Füge jenes gewählte Ziel deiner Hand hinzu. Ja. Jetzt wissen wir auch, warum ich gern damit gespielt habe. Wie vorhin angesprochen, hatte ich nicht so viele Fallen im Deck. Also muss ich die irgendwie wieder reinkriegen. Die Maske der Finsternis. Ach, guck an. Sehr cool. Der wilde Kobold zeigt nochmal sein Gesicht. Eine Harpie. Wie haben sie das in Final Fantasy ausgesprochen? Eine Harpie, glaube ich. Harpie. Da gibt es bestimmt auch 700 verschiedene Aussprachen. Der Meeresbodenhai. An den kann ich mich sehr schlecht nur erinnern. Mit diesem Auge. Aber da hat bestimmt T-C-Phobie schon gekickt. Bodenangreifer Bugross. Was zum Teufel bin ich da erblickend? Tja. Möglicherweise war das auch die Zeit, wo die Serie Surface lief. Mit Nimrod. Und da wurde, glaube ich, meine Tiefsee-Phobie das erste Mal richtig getriggert. Vielleicht habe ich deswegen riesige Fische ausgeblendet. Könnte sein. Also, Freunde, ich bin ehrlich, ich würde uns jetzt nochmal zum Abschluss dieser ersten Runde so ein richtiges Knaller-Pack auf jeden Fall gönnen. Aber möglicherweise warten die ja alle am Boden der Packung. Vielleicht dauert es ja noch ein bisschen. Der Wächter des Labyrinths mit diesem Maulschild. Ja, ich erinnere mich. Der war aber ziemlich wack, ne? 1000 Angriff. Ja. Ich meine, sind auch nur vier Sterne, ne? Der Unsterbliche des Donners. So, dem hatte ich immer ein bisschen Schiss, Mann. Der sieht aus wie Papa-Schlumpf, aber auch aus irgendeinem sehr verstörenden Paralleluniversum, wo die Schlümpfe Atomenergie entdeckt haben und dann ganz seltsame Unfälle hatten oder so. Heiliger. Yo, diese Box. Wie heißt sie? Bikuri-Box. Unterweltler-Fusion. Ach, guck an. Den habe ich ja auch sehr gefeiert. War auch Richtung Pegasus, oder? Und sieh da, die Harpien-Karte. Vornehmer-Egoist. Da sehe ich mich aber. Heißt das wirklich Egoist? Warte mal. Oder ist das hier mit dem Glitzer-Effekt? Na, Kamera, come on. Gib uns das Glitzern. Vornehmer-Egotist, wollte ich sagen. Das ist doch was anderes. Wow. Und wie schön, oder? Was für ein schicker Effekt. So Harpien-Karten, wie gesagt, nicht der größte Fan. Aber wenn die auftreten, dann gab es immer gut auf die Schnauze, ne? Das muss man ihnen an dieser Stelle lassen. Und die Mottenlarve. Okay. Niva Tori ist der letzte Draw von Runde Nummer 1, Ronne. Also besser wird es nicht mehr. Dankeschön, dass ihr reingeschaut habt. Ich freue mich sehr auf die zweite Runde, weil eigentlich muss der ein oder andere Bänger ja noch auf uns warten. Oder ich bin verwöhnt von meinem ersten Opening. Wir finden es raus. Bis dahin. Danke fürs Reinschauen. Vielen schönen Niva Tori wünsche ich euch noch. Und bis zum nächsten Mal. Tschau. Hohes. 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 Vielen Dank.